Systemprotest Hallo Systemprotest Freunde Einige von euch haben sich schon gefragt, warum ich in den letzten Wochen keine neuen Videos produziert habe. Die Antwort ist ganz einfach. Ich hatte nen A** voll Arbeit zu erledigen. Denn wie bereits in einer Sendung von A** Live angekündigt, habe ich mich jetzt beruflich verändert. Ich mache jetzt zusätzlich zu der systemkritischen Musik auch noch in Zäpfchen. Ja genau, die Dinger die man sich hintenrum einführt, wenn man Fieber oder so manch anderes Problemchen hat. Und weil die Wirksamkeit der kleinen Torpedos unbestritten ist, bin ich irgendwann mal auf die Idee gekommen, Zäpfchen für meinen Protest gegen das System zu entwickeln. Also habe ich mich sofort an die Arbeit gemacht und nach etlichen schlaflosen Nächten in meinem Labor und einem kleinen Feldversuch mit fünf Schlafschafen aus meiner Nachbarschaft, kann ich nun endlich mit stolzer Brust verkünden, Es gibt ein wirksames Heilmittel für Schlafschafe. Es heißt Ratio Anus Akut. Und ich garantiere, dass jedes Schlafschaf nach der ersten Anwendung von nur einem Zäpfchen innerhalb von 30 Minuten erkennt, dass das System im A** ist. Ja Freunde, das ist das Produkt, wonach wir Systemkritiker schon seit langem auf der Suche sind. Die Zeit der endlosen Diskussion mit Systemlingen und A** ist endlich vorbei. Jeder von euch muss sich nur noch überlegen, wie ihr das Zäpfchen in das Schlafschaf bekommt. Ich freue mich schon sehr auf den regen Erfahrungsaustausch, wenn die ersten Zäpfchen ihren Weg in die systemtreuen A** gefunden haben. Die Massenproduktion ist übrigens schon im vollen Gange. Wir richten gerade auf deceptions.org ein Webshop ein. Und sobald der steht, könnt ihr die Zäpfchen ganz bequem rezeptfrei online bestellen. Ich denke Andreas müsste den Shop bis kommenden Montag fertig haben. Achso, noch ein kleiner Hinweis am Rande. Bitte beachtet vor der Anwendung unbedingt den Beipackzettel. Fuck the System. Danke und Tschau. System und Test. System und Test. System und Test. ซ Bereiter HR System und Test. Kongress 2 System & Test.